Jetzt bei mir im Studio zum Gespräch General Adi, Dr. Klaus Wittmann. Ich grüße Sie, Herr Wittmann. Danke, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Ich habe gerade schon mit dem Botschafter der Ukraine die Rede von Präsident Putin versucht zu analysieren aus militärstrategischer Sicht. Anderthalb Tage nach der Invasion. Wie ist die zu deuten? Wie deuten Sie sie? Also dieser Putschaufruf. Es bestätigt mich darin, dass Putin sich verkalkuliert hat. Und ich glaube, das merkt er jetzt auch. Nachdem er auch selber ein Ziel der Sanktionen ist. Seine 100-Millionen-Jacht hat er ja gerade noch aus der Hamburger Werft nach Petersburg gebracht. Aber er ist jetzt selber dran. Und wenn es stimmt, dass es 2800 gefallene russische Soldaten gibt, dann kommen wir bald an die Grenze dessen, was er gegenüber seiner Bevölkerung und seiner Machtclicke überhaupt noch vertreten kann. Der ist abgeschottet im Kreml. Der hört bloß auf seine Konis. Der ist besessen von dieser Geschichtsfälschung, dass die Ukraine der kleine Bruder ist, der auf die Russen hören will. Der weiß gar nicht, wie sich die ukrainische Gesellschaft entwickelt hat. Und ich glaube, das ist das erste Zeichen des Einknickens. Und diese Verhandlungsangebote, wenn ihr kapituliert oder wir können über eure Neutralisierung reden, das ist ja wieder Quatsch. Und er lügt von vorne bis hinten. Also wird man die diplomatischen Wege offen halten, aber nur in Verhandlungen eintreten, wenn das diesmal reell ist. Und wahrscheinlich über Vermittler. Nichtsdestotrotz, die Angriffe auf Kiew, die haben begonnen, die laufen. Was würde es bedeuten, wenn es der russischen Armee gelingt, Kiew einzunehmen? Wäre damit dann auch dieser Krieg, diese kriegerische Handlung beendet? Nein. Das ukrainische Volk und die ukrainische Armee und die 900.000 Reservisten, mit deren Einberufung man begonnen hat, die sind kampfentschlossen. Die wollen nicht kapitulieren, die wollen ihr Land nicht verlieren, die wollen es nicht zerstört sehen, die wollen es nicht unter Kuratell der Russen sehen. Was Russland dann macht, das kann ich nicht voraussehen. Schauen Sie mal die Bilder von Grozny an, im Tschetschenienkrieg. So was ist denkbar. Aber ich glaube, irgendwo ist dann auch eine Grenze, wo seine Machtklicke und seine Cronys sagen werden, Wladimir, so geht es nicht weiter. Entschuldigung, eins muss ich noch sagen. Es würde dann natürlich zum Häuserkampf, zum Straßenkampf führen. Dinge, wo die Ukrainer dann erst recht Panzerabwehrwaffen brauchen und so etwas. Und das ist dann sehr blutig auf beiden Seiten. Jetzt gab es gestern Abend die Meldung, dass Tschernobyl eingenommen worden sei von den Russen. Heute gab es auch die Meldung über vermehrte Strahlung. Das kann durch aufgewirbelten Staub sein. Wir wissen es aber nicht genau. Welche Bedeutung hat Tschernobyl aus militärischer Sicht? Aus militärischer Sicht hat Tschernobyl eigentlich keine Bedeutung. Das ist gefährlich, weil es eben dieses verunglückte Atomkraftwerk ist, was unter der großen Kappe liegt. Und da kann man nur Gefahren anrichten. Ich kann das nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, was die Russen da wollen. Die Bundeswehr soll ja im Rahmen der NATO mehr Unterstützung in Osteuropa leisten. Sind wir dazu überhaupt in der Lage? Also das habe ich in der letzten Sendung schon sehr ausführlich beantwortet und will deshalb nur jetzt wiederholen. Ich habe schon vor zwölf Jahren einen großen Artikel im damals noch existierenden rheinischen Merkur geschrieben mit der Überschrift Sicherheitspolitik nach Kassenlage und habe beobachtet, wie man praktisch seit Ende des Kalten Krieges beim emsigen Einkassieren der Friedensdividende die Bundeswehr immer mehr abgemagert hat, Fähigkeiten aufgegeben hat, die man eigentlich nicht mehr zu brauchen glaubte. Und das rächt sich jetzt. Und der Inspekteur des Heeres hat hier deutliche Worte gefunden, hat gesagt, wir können nur das Minimum dessen, was die NATO von uns fordert, zurzeit leisten. Und die Brigade 37, die Teil der NATO Response Force sein soll und in höheren Bereitschaftsstand gesetzt wird, die muss jetzt überall sich die Sachen zusammenleihen, die sie braucht, um voll ausgestattet zu sein. Dr. Klaus Wittmann, danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Dr. Klaus Wittmann, danke Ihnen.